Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur IT-Sicherheit. So, wir sind ja jetzt hier nicht nur wegen dem Penetration-Testen, sondern wir wollen uns auch oder wir wollen im Prinzip Penetration-Testen bzw. IT-Sicherheit dazu ausführen, um uns vor Black-Heads oder Red-Heads oder Blue-Heads zu beschützen. So, und dazu müssen wir natürlich erstmal wissen, was genau wir überhaupt beschützen wollen. Das bedeutet, wir wollen vielleicht jetzt nicht unbedingt, okay, eigentlich wollen wir so ziemlich alles beschützen, aber wir müssen es trotzdem mal irgendwie formulieren. und sagen, okay, wir wollen wirklich genau das schützen und das schauen wir uns jetzt eben mal an. So, was wir also jetzt für Schutzziele haben, so heißen die Dinger offiziell, sind im Endeffekt genau vier Stück, aber man kann sich noch mehrere dazu denken. Wenn wir uns jetzt mal das erste angucken, Authentizität, das ist schon wieder so ein Wort, das ist irgendwie total schwammig und man weiß nicht genau, was damit gemeint ist. Das soll sich im Laufe dieser Serie absolut klären, jetzt will ich aber auch schon mal eine kurze Definition vorweg geben. Authentizität heißt, wenn wir jetzt hier oben diese beiden Rechner hier betrachten, ich weiß nicht, ob ihr meine Maus sehen könnt, ich glaube aber schon. Hier links oben haben wir einen Rechner und der möchte mit dem zweiten Rechner hier kommunizieren. Dann bedeutet das, Authentizität bedeutet dann so viel, wie der Rechner weiß, wer dieser Rechner ist und dieser Rechner weiß, wer dieser Rechner ist. Das hört sich jetzt erstmal schlecht an, weil wir wollen ja irgendwie auch ein bisschen Anonymität haben, aber in einem gewissen Maße ist sowas sehr, sehr wichtig. Und da werden wir als allererstes oder als wichtigstes erstmal die sogenannten digitalen Signaturen kennenlernen. Wie wir die genau einsetzen und wie das Ganze funktioniert, werden wir auch noch alles klären, keine Sorge. Aber wichtig ist erstmal zu wissen, okay, die beiden Rechner müssen wissen, mit wem sie da kommunizieren. Warum ist das wichtig? Naja, wenn ich nicht weiß, mit wem dieser Rechner hier kommuniziert, sprich ich weiß nicht, wer jetzt hier tatsächlich der Server ist. Also sagen wir mal, ich weiß nicht, ob facebook.com wirklich facebook.com ist und es gibt sich einfach nur aus als facebook.com, ist aber in Wahrheit virus.de oder sowas. Und wir steuern virus.de an und sehen eine Seite, die so aussieht wie facebook.com. Ja, dann melden wir uns doch dort an, weil wenn oben sogar noch facebook.com steht. Wenn jetzt aber da virus.de stehen würde, dann wäre das was anderes, dann würden wir da wahrscheinlich unsere Daten nicht angeben. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir wissen, okay, wenn ich jetzt facebook.com in meinem Browser anwähle, dann komme ich auch tatsächlich auf facebook.com und nicht auf virus.de. Und deswegen sehr, sehr wichtig, dass wir als User wissen, wer der Server ist und im Endeffekt kann man daraus dann auch gleichzeitig sowas wie eine Authentizität für den Server basteln. Okay, das wollen wir dann eben mit den digitalen Signaturen machen. Ihr seht, es ist wieder mal so ein kleines bisschen Überblick, weil wir so unglaublich viel haben. Aber es ist auch wichtig, dass ihr diese Begriffe kennt, also Authentizität und das nächste ist dann Integrität. So, Integrität, ihr seht, ich habe hier einen kleinen Angreifer dazu gemalt. Die Integrität von Daten, beziehungsweise im Endeffekt geht es ja eigentlich um das Netzwerk. Die befindet sich hier hauptsächlich auf diesem Kanal hier. Das heißt, Integrität heißt, dass die Daten sich nicht verändern können. Das heißt, wenn ich jetzt hier facebook.com anwähle, also da sind wir wieder bei der Authentizität, dann will ich natürlich auch, dass hier facebook.com antwortet. Das ist durch die Authentizität sichergestellt. Aber wenn wir keine Integrität haben, dann könnte man einfach als böser Angreifer hier sagen, he he, facebook.com, naja, das verändere ich einfach mal und zwar zu virus.de oder virus. was weiß ich was und leite diese Seite wieder zurück an unser Opfer, beziehungsweise an uns, der dieses Ding anwählt, der facebook.com eben anwählen möchte. In Wahrheit bekommt ihr aber virus.de, sprich, die Integrität, wenn die nicht vorhanden ist, können wir auch von der Authentizität nicht sicher sein. Und hier wäre noch ein viel besseres Beispiel eigentlich, sagen wir mal, ihr wollt eine Banküberweisung tätigen. Dann haben wir das Problem, wir müssen einen Betrag angeben. Dieser Betrag, sagen wir mal jetzt 100 Euro, ich möchte meinen Kumpel oder was weiß ich was, Aldi oder wo auch immer ich gerade einkaufen gehe, möchte ich 100 Euro überweisen. So, und wenn ich jetzt da 100 Euro hin überweise, aber hier ein Angreifer in der Mitte hängt, der die Integrität kaputt macht, sprich, meine Daten sind nicht mehr dieselben, das heißt, die 100 Euro, die ich hier losgeschickt habe, sind am Ende, wenn ich auf meinen Bankserver komme oder wenn sie bei meinem Bankserver ankommen, sind es plötzlich 1000 Euro und gehen nicht an Aldi, sondern an virus.de. Okay, ja, dann habe ich hier die Integrität kaputt gemacht, beziehungsweise der Angreifer hat die Integrität kaputt gemacht. Sprich, die Daten, die ich geschickt habe, die sind zwar noch an denselben Empfänger gekommen, also an meine Bank, aber sie sind nicht mehr dieselben und das nennt sich dann Integrität. Das heißt, wenn die Daten dieselben sind und beim selben ankommen, dann sprechen wir von Integrität und Authentizität. Das heißt, ich überweise auch wirklich an Aldi genau 100 Euro und nicht später an virus.de irgendwie 1000 Euro. Das heißt, das ist enorm wichtig, dass wir diese Integrität auch schützen können. So, jetzt ist natürlich auch Vertraulichkeit irgendwie wichtig für uns, denn wenn ich jetzt sagen wir mal, ich schreibe meiner Freundin, dass ich sie liebe und dass wir uns nachher später irgendwo treffen wollen, dann möchte ich natürlich auch, dass sie diese Nachricht bekommt und nur sie diese Nachricht bekommt und sonst niemand von dieser Nachricht weiß. Denn was weiß ich was, ansonsten könnte natürlich einiges kaputt gehen, vor allem wenn wir wieder mal an Thema Bank denken, dann ist die Vertraulichkeit eigentlich noch viel wichtiger, weil wir, sagen wir mal, wir kaufen einige Fonds oder sowas und wollen Geld anlegen. Dann kommt einer daher und sagt, haha, Fonds steigen immer, also der Wert von Fonds steigt immer, wenn viele Leute diesen Fonds eben kaufen wollen. Also ganz grob, ich habe keine Ahnung von diesen Geschäften, aber das ist trotzdem eine super Analogie. Das heißt, wenn ich jetzt 1000 Aktien von irgendjemandem kaufe, dann geht der Wert der Aktien ein bisschen nach oben. Und wenn ich plötzlich eine Nachricht schicke, von wegen 1000 Aktien verkaufen, dann geht der Wert nach unten. Sprich, wenn jemand hier mithört, meinen Verkehr und weiß, dass ich jetzt dann gleich meine 1000 Aktien verkaufen will und er die Nachricht kurz blockiert, dann weiß er, aha, gleich geht der Wert der Aktie runter, also verkaufe ich die zuerst. Und das ist natürlich dann schlecht für mein Geschäft. Also nur so ganz grob, dass es auch Auswirkungen haben kann eigentlich, wo man es überhaupt nicht denkt. Aber ja, also Vertraulichkeit nicht nur für unseren privaten Schutz, sondern auch tatsächlich für Geschäfte und für im Endeffekt natürlich auch Betriebsgeheimnisse und so weiter, kann man alles da drunter stecken. Also es ist wirklich sehr, sehr breit gefächert, warum wir Vertraulichkeit eigentlich auch brauchen. Gut, und das letzte der großen vier ist im Endeffekt Verfügbarkeit. Verfügbarkeit ist ja eigentlich relativ trivial, wenn wir uns das überlegen. Wenn ein Server nicht da ist, sagen wir mal, Google fällt aus, dann haben da wirklich viele Leute Verluste davon, weil die keine Werbung schalten können. Google macht kein Geld mit der Werbung und die kriegen keine Einnahmen durch die Werbung. Also im Endeffekt, ich kaufe nicht bei den neuen Kunden oder bei den Leuten, die Werbung bei mir machen. Sprich, die haben auch einen Verlust. Also nicht nur Google, sondern auch die Leute, die dort eben Werbung schalten, haben einen Verlust. Und deswegen ist natürlich Verfügbarkeit enorm wichtig, vor allem wenn wir jetzt irgendwie über so Giganten wie Google reden. Dann ist Verfügbarkeit sogar das A und O. Wenn Google nicht da ist, dann geht quasi das halbe Internet nicht. Und deswegen, Verfügbarkeit kennt natürlich auch jeder. DDoS-Angriffe werden wir uns auch noch genauer angucken. Die wollen genau dieses Sicherheitsziel oder Schutzziel eben untergraben. Das sind so die vier großen Schutzziele. Das heißt, wir haben hier eigentlich mit den vier das Wichtigste abgedeckt. Aber es gibt auch noch ein paar mehr und zwar zum einen Datenschutz, Anonymität und Verbindlichkeit. Und da widersprechen sich so ein bisschen zwei davon. Und zwar Datenschutz und Anonymität gehen so ein bisschen Hand in Hand. Aber Verbindlichkeit widerspricht sich eigentlich mit der Anonymität. Denn wenn ich Verbindlichkeit habe, dann kann ich sagen, okay, Cedric Mössner hat jetzt hier genau am, was weiß ich was, so und sovielten einen Artikel auf Amazon.de gekauft. Und ja, dieser Artikel muss dann natürlich auch genau an mich geliefert werden. Und ich muss natürlich auch dann sicherstellen können, dass ich auch wirklich diesen Artikel gekauft habe. Sprich, man braucht irgendwie Verbindlichkeit, dass ich das war und nicht irgendwie mein Nachbar den Artikel in meinem Namen gekauft hat. Aber an sich liefern lassen hat. Das wäre natürlich schlecht. Deswegen Verbindlichkeit auch ganz wichtig. Aber Anonymität braucht man natürlich auch oder möchte man natürlich auch mal ganz gerne haben. Ich weiß, viele von euch sind da nicht so überzeugt davon. Das bleibt dann natürlich jedem für sich überlassen, ob er das Schutzziel für sich durchsetzen möchte. Aber der Datenschutz, der ist tatsächlich rechtlich geregelt, den ich hier aufgeführt habe. Also jetzt das oberste von den drei zusätzlichen Schutzzielen hier. Der Datenschutz ist rechtlich geregelt und nicht unbedingt zu vernachlässigen. Also wenn ihr da irgendwie Datenschutz zum Beispiel auf eurer Webseite nicht richtig handhabt, zum Beispiel in den AGB irgendwas falsch drin stehen habt oder irgendwelche personenbezogenen Daten speichert, ohne dass ihr es dürft, dann habt ihr tatsächlich auch ein Problem, was Recht angeht. Und da gibt es wirklich Kanzleien, die mahnen nur genau deswegen ab. Und da muss man natürlich dann auch schauen, dass der Datenschutz gewährleistet ist. Aber es hat ja auch sein Gutes. Ich meine, im Endeffekt möchtet ihr ja auch nicht, dass eure Daten von zum Beispiel eben Facebook verkauft werden, damit euch personalifizierte Werbung zugestellt werden kann. Auch wenn es gemacht wird. Aber egal. Gut, jetzt zum Thema Datenschutz noch speziell. Ich wollte euch mal fragen, ob ihr vielleicht auch Interesse habt, dass wir ins Thema Recht in dieser Serie so ein bisschen eingehen oder eher nicht. Also auf jeden Fall weiter hinten, wenn dann überhaupt. Aber ich wollte euch auf jeden Fall mal fragen, habt ihr da Bock drauf oder eher nicht? Schreibt es mir in die Kommentare oder schreibt mir eine Nachricht oder schreibt im Forum. Ja, ihr habt viele Möglichkeiten und das war es eigentlich von meiner Seite auch erstmal wieder. Wenn diese Schutzziele jetzt nicht ganz klar geworden sind, dann macht das absolut gar nichts. Wir werden da in den kommenden Videos auf jeden Fall noch mehr drauf eingehen, weil das ja im Prinzip genau die Aspekte sind, die wir überhaupt erstmal haben wollen. Die sind jetzt sehr abstrakt, aber wir werden uns genau angucken, wo die geschützt werden können und müssen. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns. Ciao.